Nr er braucht er ist doch voll kacke jetzt habe ich mich damit kapest und rübergebäude es muss sich erst einmal machen ich habe lieber es wäre dann viel zu leicht es steht aber falsch drehen bei mir ja und die Schilder Konkrieg durch den Weg vor Ort die alle meine nein dort bei 4 kein Bock mehr drauf er hat klar zu stellen wasser schon nicht Spiele ohne Witz er hätte sich erheben Prozent Prozent Leidschubs nicht doch nicht darunter sicher nicht alles zersprengt Mord ist doch so was von Kacke hier ist meine Eier Prozent Prozent von die Skelette in diesen neuen nein das die Skelettel das schießt mich ab von zehn Milliarden Kilometern da kommt die Bahn Komm, ich bin jetzt in mein Haus und dann habe ich meine Sachen wieder, dann kann ich hier wieder alles in Ordnung bringen. Ach, du hast ja die OK-Sachen, ey. Ja, klar. Ich habe sogar verzauberte DIA-Sachen. Weiß ich, was ich habe? Ein Steinschwirt. Geil. Ja. Respekt, Jonas. Schon. Vor allem, wenn ich bei dem Jump-in-Wand-Rück-Zurück versage, dann habe ich ja doppelt versagt. Ja, schon. Alter. Aber das ist ja echt das Schwerste, oder? Ja. Weil die anderen, die waren ja nicht sehr schwer. Das ist ja auch das Schwerste. Hm. Vielleicht bräuchte ich da die Geschwindigkeitstränge. Was ist das? Direktheilung? Nee, bräuchte ich nicht. Mama. Okay, soll ich mal versuchen? Okay, warte. Ja. Nein, wie soll der Sprung machbar sein? Jonas, du verhaust mich das Dingig saumäßig schwer. Ach was, ey, ich habe das fast geschafft. Wie soll der zweite Sprung bitte gehen? Ich habe vor dem letzten Sprung versagt, also. Das geht nicht. Klar geht's. Nein, der zweite Sprung ist unmöglich so weit wie der ist. Der geht. Nein, im Leben nicht. Es gibt auch mehrere Wege, eh. Wie? Ja, es gibt ja nicht nur den einen Weg, oder? Äh, würde ich schon sagen, oder? Oh, ja, klar. Wo bist du gerade? Jonas. Nöwens. Okay. Ich habe schon wieder meine Spätzecke vergessen. Und heute hat es hier auch nötigens. Ich habe verkauft. Du bist du. Okay. Ich bin irgendwo da unten. Bei den Diamanten. Ja, ich sehe dich. Ich bin hier ein bisschen. Und ich würde mich jetzt wieder. Warum denn? Ja, ohne Spätzecke kommt hier nicht weit. Oh, im Ernst. Ja. Ich kann man zehnmal hinterher und ich bin seine Spätzecke vergessen. Letztes Mal bin ich gestorben. Ah, und da bist du hier schon dabei. Nein. Ich bin schon befurchtbar gestorben. Aber ich mache jetzt wieder meinen Trick. Welchen Trick? Den hier. Wart, wart. Den. Ach so. Ich probiere es noch einmal, das Jump'n'Run. Und wenn das dann immer noch nicht geht, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ohne rüberbauen. Ohne? Ja, ohne rüberbauen. Ja, klar. Jetzt geht auch Holz. Wie oft will ich Ihnen das jetzt noch machen? Ich schaffte den ersten Sprung nicht. Als ob. Nee, im Ernst ist. Wieso nicht? Weil das saumäßig schwerstellt, das wird hier voll leicht. Das ist auch beide Seiten genau gleich. Ach so. Ja. Stimmt. Oh, Gott. Ich finde es lustig. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Obwohl ich bin so schlecht, dass ich nur nicht mal eine Wolle habe. Okay, das ist deprimierend. Ja. Du kannst dir eigentlich mega lang Zeit lassen. Ich weiß, aber ich will das Jump'n'Run nicht machen. Ich probiere mich jetzt auch mal auszurüsten. Hm, nicht auf mein Speicherplatz reicht. Wieso? Lock'n'. Okay. Okay, einmal probiere ich es noch. Ja, wie viel hast du noch? Speicherplatz. Heute hatte ich ein Terabyte. Ja, also. Ah. Weil ich nehme ohne Texte Fäcker und Schäder. Ja, ich habe eine Zacke dabei und ich habe Holz dabei. Nee. Ja. Echt jetzt? Ja. Übertreib. Ja. Schon krass, gell? Hätte ich nie erwartet. Jonas, wir müssen nachher noch heute den Sieg machen. Ja. Ist dein Fall jetzt eigentlich daheim? Ja. Hat er noch nichts gesagt? Nein. Das nächste Woche keine arbeiten? No. Echt nicht? No. Nächste Woche ganz chillig? Ja. Okay, gut. Dann kann ich nicht arbeiten. Dann kann ich es verstehen. Da oben ist auch noch Eis. Darf ich das Eis kaputt machen? Äh, nein. Echt nicht? Ich darf nichts zerstören und nichts bauen. Ich darf nichts zerstören und nichts bauen. Ja, in dem German Drone halt. Ich schaffte den ersten Sprung nicht. Im Ernst? Im Ernst, jetzt. Ich schaffte den ersten Sprung nicht, Alter, mein Gott. Du bist gut? Ja. Ich bin Gott. So, jetzt werde ich erst mal ein bisschen draten. Was willst du? Was willst du? Draten. Also. Oh, Mann. Ich bin so jemalig. Ich weiß nicht, was ich jetzt mal mache. Oha. Das war das Mikro. Ja, die 100 fallen. Ja, die 100 fallen. Okay. Jetzt bist du da. Ja. Okay, ich muss jetzt... So, jetzt praktisch muss ich mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe einen Plan. Nein, nein, nicht alles. Was? Zu wenig Holz. Äh, äh. Nein, ich will hier keine Dia-Spitzacke machen. Dann brauche ich ja gar kein Holz mehr. Sondern? Eisenspitzacke. Also. So. So, jetzt pass auf. Ah, das wird sogar noch für eine Dia-Spitzacke reichen. Echt? Ja. So. So. Jetzt wird es bisschen leichter, was ich hier mache, so. Ähm, ist das, das? Nein, nein, hallo, Gott, doch, was viel zu weit. So. Die sind genau eins zu eins nachgeboten, oder? Mhm. Silberfisch, ich bin bei den Silberfischen. Ja, da war ich vorhin auch. ach das ist doch kacke ist da alles abgesichert mit Grundstein oder? ja, wollte ich dich reinbauen ja geht das echt nicht? nein du musstest Jump'n'Run einfach machen okay, ich habe einen anderen Plan nein, nicht da rein du willst einfach cheaten, oder? ich will nicht cheaten oder einfach ein das Jump'n'Run nicht machen okay, ich brauche Essen ich habe Essen vergessen, ich der ich auch oh shit, oh shit, da werde ich jetzt sterben ah nein, ich habe ja, ich habe hier in der Truhe essen, hey ich bin gut oh shit nein, jetzt bin ich da vorbei ah, ich habe, ich habe, ich weiß, wie man es macht ich habe, ich habe weder was platziert, noch irgendwas anderes du hast gesagt, ich darf nicht platzieren oder so oder was, ich weiß, ja das sind die Regeln ich weiß, wie du es machst wie? so wollte ich es auch machen, vorher von seitlich ja aber du darfst seitlich auch nichts platzieren, gell? ich weiß ja, gut aber es geht auf jeden Fall das weiß ich weil das Jump'n'Run ohne Witz da bin ich jetzt einfach zu nubig zu vor allem, weil es ein Ice-Jump'n'Run ist jetzt hast du ja wieder Zeit, oder? warum? äh, jetzt schaffst du es wahrscheinlich schnell, oder? ja, wahrscheinlich scheiße bloß wie sich die Lichter wieder hochkommt da muss ich ja das Jump'n'Run rückwärts schaffen ja schon ach du scheiße also einmal musst du auf jeden Fall schaffen oh fuck du kannst fliegen so jetzt erschmeidt die Errichtung und die Erschwörter jetzt gehe ich schnetzeln schnapp sollen ja dann nehme ich mir noch mit ein Bogen Pfeile jetzt muss ich mir das genau, muss ich das genau analysieren was analysieren was analysieren nix wo noch zwei Schwerter auf ein Spitzaki auf drei essen, vier, fucking fünf die ich muss es jetzt analysieren wie ich da hinkommen kann jetzt hab ich keine Spitzaki dabei analysieren ja analysieren oh mein Gott so los geht's ich muss mich da runterfallen lassen jetzt mal ein bisschen und Euro ProBau Blöcke dazu nämlich einfach mal TNT ich sehe dich, guck mal, guck mal rechts hier war bei mir da 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 ich will niemand sehen okay Jürgen Jürgen TNT Dynamo okay 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 los geht's Jonas nein jetzt bin ich da noch mal reingesprungen, ach du scheiße der würde ich ja vorbeispringen nicht das war gegen Zombies könnten nein vorbeisprungen und ich habe die Städte ich muss sie aber das geht nicht Jonas das geht nein das geht nicht sie sieg nur ein Tier er hat auch die Zumbies hier sehen jeden Ja klar und nein ist, ich, nach nein nein Nein, 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 NEXT French Madилась der Gäste der Gäste nein 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 ein Joop und das ist das ist das ab inzwischen alles ich wollte sie oben einfach bis tag ist immerhin nicht und gut um das mit Zeit mehr weil ich doch bestimmten Schwert aber sag ich sage ich es nicht wenn ich das anfang mit ihr Rüstung gehabt jetzt sicherlich man leichtes sich warte mal warum habe ich schienen nennen nein wie sie schütteln und dann ein nach dem das ist aber auch nicht platzieren wo hochliebte ich habe nur zwei Herzen vorgelegt so jetzt mach ich mich schnell daran die Wolle zu holen welche? alle ja klar ohne Witz wir haben schon das Jump and Run geschafft wenn das bei dir auch noch so leckt fast geschafft also ein Sprung war ich davor echt? ja und dann hatte ich keinen Bock mehr dann habe ich ausgesucht mit dem Jump and Run das ist so was von der Seite kopiert von der Seite nein ich bin wieder was bei nein oh nein ich hatte meine Tiere recht in der Falle mit der Diaristen gestorben ja ich bin aus der Welt gefallen der Creeper und rausgesprengt Gott das muss ich mir mal zeigen wie das geht ja wir schnarche Szene ja oh komm ja Creeper verpust du ja ja ich hasse den scheiß Basti ja klar übertreib alter das ich habe mich am Arsch ihr seid alle behindert ihr scheiß Viecher nein nein jetzt seid doch alle egal ist doch alle egal ja ich war so nah dran und jetzt ah ja wo an der an dem Ding oder was mehr an welcher Farbe keine Ahnung ja Jonas geht nicht länger wie die Stunde ja wenn wir wir zu dumm sind ja wo wie zum Teufel will schießt wenn man zu schnell schaffen das geht ja gar nicht dann auch noch zurück ja das weiß ich halt auch nicht aber das ist voll leicht also ich habe es geschafft du bist ein Ding in den Zampelman Luggen ja schon oder ist das bei dir irgendwie anders weil bei mir steht bei mir die ersten zwei Sprünge so gut wie unmöglich das ist nicht anders der Stichern ist gleich alles kommen spielte viel der Schwerkraft zu Opfer ja du brauchst da irgendwelche Tränke wo ich gesammelt habe n und ich ja einiges weißt nur klar wenn du mein Krieg vorlos ich habe kein Wort mehr Auer Auer Alter noch mal zu haben was heiße Mann was ja ich bin also alle anderen Endermann los weitest du aber eigentlich die Läger und weil die Schilder bei mir falsch rum sind ich bin jetzt noch zwei ich bin Kumpel Euro ja alter es bringt mich die Spinne im Flug an Hallo Leute bis heute da wir haben die mit einfach so verkackt ich bin einfach überhaupt noch schwer da drin bei dir in der Kiste ich schon neid sie sind ja nicht schon wieder raus aus ich bin n wirklich er kommt die Küche auf legt los jawohl ein Prozent aber eigentlich hätte ich gewonnen okay warte ich mache das jetzt immer mit dem rüberlaufen was für rüberlaufen ach so ja wohl einfach die Wolle und bau dich hoch ja ist es dann vorbei ja dann versuchst du mal so lange noch durchzuhalten also wenn du halt die Wolle oben platziert hast sagt dann das Spiel automatisch dass es vorbei ist oder keine Ahnung warte ich mache einfach mal ja wenn der Alter komm schnell mal rüber nee ohne Witz nicht ich bau mich ich bau mich ich bin kl attraktiv ein ho ho god oh nein bitte nicht «so dass noch ein paar Blöcke ziehen» Oh Gott Nein da schnummeln, Creeper, Hi Creeper Tschüss Creeper ja, war da, dann wollte ich irgendwie nicht mehr leben ich will jetzt die Wolle, Jonas mach das bin ich hier gestorben? hm, anscheinend oh, Knochenmehl, cool hä, wo stück Knochenmehl her? denn zum Anfang aus der Kiste ja, ist da Knochenmehl drin? ja ach Gott ich hab's nicht mal mich einzubauen ich hol jetzt mir einfach die Wolle, scheiß drauf ja, aber warum ist das ein Bug, dass die Schilder falsch rum sind? keine Ahnung ich hab auch kacke so weil ich hätte es da als Spieler, hätte ich mich einfach rüber gebaut, weil er die Schilder anstellt ja, in die falsche Richtung war so wie ich eigentlich gesagt hab ja eins, zwei so ich mache jetzt survival ich kann mich auch ich komme nicht hoch ich komme auf den Block nicht hoch ich kann auf den Block nicht hoch nicht so oder welcher von streich gefallen aber nicht das geht hier warum was machst du ich baue mir eine Base auf ich komme das Wasser nicht hoch doch jetzt Bohr als er meint meine oder sie die Spur die Gäste eineinhalb Stunden ja wir haben auch früher angefangen 14 Sekunden ich hab ein Fieber gehört ich hab ein Fieber ich will kein Krieger hören ich habe jetzt die blaue Wolle nicht runterfallen wo es sich die eingebunden wird überhaupt fachlichen ganz am Anfang oder er hat Kork das aber gesagt und es macht jetzt keine Ahnung endlich die Wolle oben platziert mehr macht macht es so ich bin ich bin schon auf dem Weg ich kann nicht mehr springen meine Pilzkühne so oh oh Fallschaden echt cool komm ein Block so und bei mir jetzt gleich hoch oder ja kann ich machen meine Güte berichten ich hab die Wolle nicht mehr so jetzt könnten schön Pilsen abzapfen und noch ein Bett hinbauen das Rohr und das Team Tieren eine wo ich in die Hinten die Fahrzeuge das Farnke eine Fahrzeuge Krupp wo ist so gerade zurück ich guck dir zu ja macht das wo ist das Haus dahinten hier sie können sich drückisch kaputt die wir kommen jetzt hoch und n n was ich geboren ja so sie ist nicht nein Alter die Stuttgart also auch viele Versuche habe ich nicht gebraucht nein erhält durch Niederhof kommen von mir ist ja ja jetzt kommt es sich dahinter hochmann ja klar Ah 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 Haha Ich bin mies Nein Jetzt wird mein Platz langsam eng Welcher Platz Ich kann bald nicht mehr so hoch zielen Oh Der war sehr knapp Ach kacke Oh Da kommt einer Da kommt der Nächste alter Nein meine Pfeil ist in der Scheiße Jawohl Jetzt hab ich verkackt Jawohl Wir können die Team mehr Doch Ich muss zwei Türme hier bauen Wieso zwei? Einmal zum Schützen Einmal zum Wo ich hochgehe Komm hier rein Los Ja Ich hab die Insel erreicht Okay So Aber ich kann nicht noch töten Island of Victory Hey Muss ich jetzt die da rein setzen oder was Light Blue Wall Yellow Wall Und Red Wall So Ich bin fertig Der kommt Der kommt Der kommt Der kommt So Oh oh Und damit So Kommt die die zu dir geflogen Das war So Das war Ich komme kurz zu dir So Oh Oh Kann ich fliegen Ego 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 Ja Ego Ego Snd Ego 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 Und Ego 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 mit dem Feuerzeug nicht vor E Prozent und vorabschieden wir uns jetzt für dieses Bestes mehr das ist euch gefallen hat trotz Nubigkeit hat er auch mein Kind hier abzubauen und zeigen bis zum nächsten Special und vielen Dank fürs Zuschauen nur ein explodiert erst mal lässt und bis zum nächsten Mal Töö ist ja